Willkommen zu Tita Kenchis ersten Unboxing und das soll natürlich was ganz besonderes sein. Es ist der 15.05.2012 und gerade vor 10.10 Uhr kam der Postbote und hat mir dieses heißersehnte verkehrt gebracht. Wobei ich bei der Verpackung finde, dass er ein bisschen übertrieben hat. Ist das geil. Ich bin so aufgeregt. Ich warte ja schon ewig da drauf. Ihr von euch kennt ihn, Galkind, Domi aus YouTube und dieses Paket hat er an seinem Geburtstag noch zur Post gebracht. Ich finde zwar, wie gesagt, die Verpackung hätte ja jetzt einen einfachen Umschlag nehmen können. Okay, erstmal sieht man nichts. Und jetzt sieht man Poké Park 2. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da steht's. Könnt ihr es sehen? Von Galkind für, naja, lieber wenn mir gewesen hätte Tita Kenchi geschrieben, aber für Doreen ist das geil. Ja, ich habe Autogramm von Galkind. Ich weiß nicht, ob es sein erstes ist oder so. Oh mein Gott. Oh, mich wundert. Normalerweise ist Domi ja Punkte geil. Dass er hier aber die Punkte noch drin gelassen hat, wundert mich jetzt. Geil. Hä? Zwei-Punkte-Karten? Okay. Werde ich ihn mal noch per Mail fragen, ob er die haben will. Klasse. Ich werde das Spiel natürlich nicht let's playen. Ist so für meinen privaten Gebrauch. Und ja, geil. Diese CD, diese CD, die hat in seiner Wiege steckt. Einfach nur Hammer. Thanks, Galkind. Ich freue mich drauf, es zu spielen. Und freue mich natürlich auf dein Let's Play. Tschüss, eure Tita Kenchi. Donner. Soll es sich hier passado auch wieder gleich? Hah? B second. Von Galkind Tak.